Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Heute geht es nochmal ein wenig um die korrekte Aussprache beziehungsweise um die Aussprachtechnik, was Umlaute angeht, wie zum Beispiel das Ä. Das Ä in beispielsweise Qualität wird ja normalerweise auch als Ä ausgesprochen, aber, das kommt sehr häufig vor, spricht man das Ä als E aus. Das heißt nicht Qualität, sondern Qualität. Es ist da nochmal ein ganz feiner Unterschied. Also es gibt da noch so kleine Nuancen, wo man genau raushören kann, ob man das wirklich komplett als E ausspricht oder vielleicht als abgeschwächtes Ä. Und dieses abgeschwächte Ä oder Ä sind in Ordnung, aber nur ein E eigentlich meistens nicht. Aber, und das muss ich offen zugeben, höre ich das trotzdem auch bei normalen Synchronisationen und so weiter, haben, dass dort auch oft das E gesprochen wird. Also das ist dann heißt Qualität hat seinen Preis. Und nicht Qualität hat seinen Preis. Auch in Radiowerbungen und sowas ist es relativ unterschiedlich. Manche, also manche sprechen tatsächlich das Ä auch deutlich als Ä aus und andere wiederum eher so als Ä. Manchmal ist das auch regional bedingt. Das heißt, wenn man bei euch das zum Beispiel so als Ä völlig normal ausspricht, dann ist das so. Wenn man bei euch aber immer sehr stark das Ä betont, dann ist es meistens in eurer Region auch so vertont worden, dass das mehr regionaler klingt. Korrekterweise spricht man natürlich das Ä auch als Ä aus. Aber, wie gesagt, also was ich euch sagen möchte ist, wenn ihr Sprecher seid und ihr habt solche Aufträge und ihr sprecht das vielleicht unbewusst irgendwie als Ä aus, dann ist es nicht unbedingt falsch. Also da kann man auf jeden Fall ein Auge zudrücken. Das ist jetzt nicht so wirklich gravierend. Das ist also nichts wirklich Schlimmes. Es kommt aber immer auf den Fall drauf an. Und es kommt auch manchmal immer auf die Wörter drauf an. Das muss man dann tatsächlich dann entscheiden, wenn man das Skript sieht, liest und vor allem auch hört. Weil manchmal hört es sich einfach nicht gut an, wenn ihr Ä sagt, sondern dass es mehr so als Ä besser klingt. Das hat also damit zu tun, was der Producer euch dann sagt oder wie sich das anhört. Wenn ihr das selber seid, dann wenn ihr, sag ich mal, so Richtung E aussprecht und das grundsätzlich macht ihr eigentlich jetzt so nichts falsch, in Anführungszeichen. Aber es wird immer von Fall zu Fall entschieden. Und auch, wie gesagt, wer das spricht und um was es gerade geht und was ihr da gerade einsprecht. Wenn das jetzt einfach nur ein Satz ist, wie zum Beispiel bei einer Synchronisation oder so, das ist nicht so wild. Wenn das jetzt ein Imagefilm ist oder so, oder es geht um bestimmte Produkte, dann müssen die zum Teil auch wirklich dann so ausgesprochen werden. Und das muss man dann tatsächlich von Fall zu Fall entscheiden. Das ist also so ein Ding, da gibt es kein eindeutiges richtig oder falsch. Richtig oder falsch gibt es aber bei den zum Beispiel Zwischlauten. Also wenn ihr die Chemie habt, viele sprechen halt auch Chemie mit SCH. Das ist zum Beispiel nicht korrekt. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr Chemie sagt. Das heißt, dass S vollkommen streicht, weil da ist kein S vorne. Viele sprechen es aber einfacherweise immer so aus. Chemieunterricht ist falsch. Das heißt Chemieunterricht. Und das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Unterschied. Und das muss auch so korrekt ausgesprochen werden. Egal, wo es ist. Also in der Synchronisation oder halt auch wirklich beim Einsprechen. Merkt euch das und reflektiert euch selber, wie ihr so sprecht und probiert es einfach mal aus, anders zu sprechen oder richtig zu sprechen. Je nachdem. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank.